Herzlich willkommen zu einer kleinen Mountainbike-Tour im Schiefergebirge oder besser gesagt um den Hohen Wadestausee. Ich bin auch schon am ersten Highlight angelangt, nachdem es mit der Fähre auf die andere Seite ging und dazu nehme ich euch jetzt mal mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020